Jutta Hoffmann ist eine deutsche Schauspielerin. Sie zählte ab dem Ende der 1960er Jahre zu den bekanntesten Schauspielerinnen der DDR und gehört seit Beginn der 1980er Jahre zu den bedeutendsten Darstellerinnen im deutschsprachigen Raum. Leben, Herkunft und Ausbildung Jutta Hoffmann wurde im Haus Friedrichstraße 8 in Ammendorf als erstes Kind von Alice und Erich Hoffmann geboren und wuchs zusammen mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Sabine auch in diesem Hause auf. Während der Schulzeit war sie Mitglied der Laien-Spielgruppe der Buhnerwerke in Schkopau. Nach dem Abitur in Merseburg studierte sie 1959 bis 1962 an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Privates Hoffmann war in erster Ehe mit dem Regisseur Hermann Schoche und ist in zweiter Ehe mit dem österreichischen Schauspieler und Regisseur Nikolaus Hähnel verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Sie lebt in Potsdam. Karriere Theater 1960 debütierte Hoffmann als Theaterschauspielerin in der Bühneninszenierung und das am Heiligabend am Berliner Maxim-Gorki-Theater, dem sie bis 1973 angehörte. Sie spielte bei Ruth Berghaus, Robert Wilson, Luc Bondi, Thomas Langhoff und Peter Zadek. Vor allem aber hat einer Schläf sie geprägt. 1973 ging sie zum Berliner Ensemble. 1975 war sie bei ihm am Berliner Ensemble Strindbergs Fräulein Julie in jener Skandalinszenierung, die mit ihrem auf die Selbstbefreiung des Individuums ausgerichteten Gestus den Unwillen der SED-Kulturbürokraten hervorrief und nach zehn ausverkauften Vorstellungen prompt abgesetzt werden musste. Besonderer Furore ging von einem in die Aufführung integrierten wilden Tanz Berliner Oberschüler nach Beatrhythmen aus und von Jutta Hoffmanns finalem Abgang über die Lehnen der Sitzreihen im Parkett und die Köpfe der Zuschauer hinweg. Das Verrückteste, was im Berliner Ensemble je über die Bühne ging, schrieb Theater heute. In Schlefs spektakulärer Inszenierung Verrat Enes Volk spielte Hoffmann 2000 die Rosa Luxemburg und sie stand in Herr Puntila und sein Knecht Matti am Berliner Ensemble auf der Bühne. 1983 verließ Hoffmann die DDR und stand in der Bundesrepublik Deutschland unter anderem im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg auf der Theaterbühne. Vor allem ihre Arbeiten mit Peter Zadek machten sie dem westdeutschen Theaterpublikum bekannt. Nachdem Luc Bondi sie schon 1978 in Anton Tschechows Platonow besetzt hatte, spielte sie bei den Salzburger Festspielen in Dieter Dorns Inszenierung von Goethe's Torquato Tasso die Leonore Deste. Danach spielte sie regelmäßig an den Münchner Kammerspielen, in der Neue Prozess von Peter Weiß oder die Helmer in der Park von Botho Strauß. Der Regisseur Thomas Langhoff engagierte Hoffmann für seinen Fernsehfilm Hedda Gabler. An der Seite von Jutta Wachowiak und Michael Gwistek spielte sie 1982 auch in Langhoffs eigenwilliger TV-Verfilmung von Goethe's Stelle ein Stück, das sie im Jahr zuvor am Theater im Palast gespielt hatte. Ihre größten Erfolge feierte sie mit Peter Zadek am Theater wie bei Lorcas Järmer. Sie war die sprachgestörte Gräfin Geschwitz in Zadeks legendärer Inszenierung von Wedekins Lulu mit Susanne Lothar, die Herzogin von Malfi an der Seite von Gerd Voss und die Mutter von Uwe Bohm im Musical Andi. Bei den Wiener Festwochen spielte sie 1995 Adolf Hitler und die Ehefrau von Hans Frank in Joshua Sobolz, der Vater in der Inszenierung von Paulus Manka und 2012 bis 2015 Alma Malerwerfel in Mankas Inszenierung von Joshua Sobolz, Alma, a Showbiz ans Ende, in Wien. Von 1993 bis 2006 arbeitete sie an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg als Professorin für darstellende Kunst. Während dieser Zeit unterrichtete sie unter anderem Marie Bäumer, Bibiana Beglau und Marc Hosemann. Film und Fernsehen 1961 gab Hoffmann unter der Regie von Werner W. Walroth als Katrin in dem Spielfilm Das Rabauken-Kabarett ihr Filmdebüt. Erste wichtige Rollen vor der Kamera hatte sie 1967 als Lämmchen in der zweiteiligen Fernsehverfilmung von Hans Faller Das Kleiner Mann, was nun? und 1970 in der ebenfalls zweiteiligen Arnold-Zweig-Verfilmung Junge Frau von 1914 als Bankiers Tochter Leonore Wahl. Wiederholt arbeitete sie mit dem Regisseur Egon Günther zusammen, so 1972 für dessen Kinofilm Der Dritte, der auf den Filmfestivals in Karlsbad und in Venedig ausgezeichnet wurde, erlangte sie internationalen Ruhm und konnte bei der Biennale den FIPR ESCI-Preis als beste Schauspielerin für die Darstellung der Margit Flieser entgegennehmen. Die DDR ehrte ihre Künstlerin mit dem Nationalpreis. Im selben Jahr erhielt Hoffmann den Deutschen Kritikerpreis. Weitere Zusammenarbeiten mit Günther hatte sie u. a. 1974 in dem Film Die Schlüssel als Arbeiterin Rick, der wegen der heiklen Thematik mit einem Aufführungsverbot belegt wurde und 1975 in der Thomasmann-Verfilmung Lotte in Weimar in der Rolle der Schriftstellerin und Scherenkunstmeisterin Adele Schopenhauer an der Seite von Lillipalmer. Anführungszeichen Punkt Punkt Punkt. Denn ich habe ja schon einige DDR-Filme gesehen im westdeutschen Fernsehen, auch einen von Egon Günther. Ich wusste also, dass in der DDR genauso gute Schauspieler sind wie drüben in Westdeutschland. Weiß nicht, wen ich da herausheben sollte, ich kann mir im Augenblick niemanden denken drüben, den ich mit der Jutta Hoffmann vergleichen könnte, in Können, Technik und der Jugend, die sie doch noch hat. Lillipalmer Im Kinotrailer zum DEFA-Film Lotte in Weimar, 1975 Die Ausgrenzung aus dem parteitreuen DDR-Kunstbetrieb spiegelt sich in Filmen wie Hermann Schoches-Kahler in dem sie eine Lehrerin spielt und der 1965 verboten wurde, oder später in das Versteck mit Manfred Krug. 1979 spielte sie im Indianerfilm Blauvogel letztmalig für die DEFA. Im wiedervereinigten Deutschland war sie 1997 in Katja von Garnies Musikfilm Bandits neben Katja Riemann, Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz als Marie Irgang, die ihren Mann mit Arsen vergiftete, schizoide Tendenzen zeigt und allgemein suizidgefährdet ist, auf der Kinoleinwand zu sehen. Von 1999 bis 2002 ermittelte sie viermal an der Seite von Polizeihauptmeister Horst Krause die Kriminalhauptkommissarin Wander Rosenbaum, die am Ende der Folge Wanders letzter Gang den Serientod stirbt. 2005 wurde Hoffmann von der DEFA-Stiftung für ihre Verdienste um den deutschen Film geehrt. Aus Anlass ihres 70. Geburtstags widmete ihr das Filmmuseum Potsdam eine Ausstellung. Seit 2011 hat Hoffmann einen Stern auf dem Boulevard der Stars in Berlin. Darstellung Jutta Hoffmanns in der bildenden Kunst Otto Petz Porträt Jutta Hoffmann Auszeichnungen Silberner Löwe als Beste Darstellerin Bei den Filmfestspielen Venedig Nationalpreis der DDR 1972 Deutscher Kritikerpreis des Verbandes der Deutschen Kritiker Kritikerpreis der Berliner Zeitung für Minna von Barnhelm am Maxim Gorki Theater DDR Fernsehkünstlerin des Jahres Schauspielerin des Jahres für Jerma an den Münchner Kammerspielen Beste Schauspielerin der DDR Nominierung zum Deutschen Filmpreis Caroline Neuberpreis der Stadt Leipzig Kritikerpreis der Berliner Zeitung für Rosa Luxemburg Infarat Enes Volkpreis der DEFA-Stiftung für Verdienste um den deutschen Filmstern auf dem Boulevard der Stars in Berlin Sonderpreis für herausragende Leistung beim Fernsehfilmfestival Baden-Baden für ihre Darstellung in ein Teil von uns Grimme-Preis 2017 in der Kategorie Fiktion für die Darstellung der Irene in ein Teil von uns Deutscher Schauspielpreis 2017 in der Kategorie Beste Schauspielerin für ihre Darstellung in ein Teil von uns Berlin Schauspielerin für die Darstellung in 這 Jahre banned und Bücher Pillen obecert bzw. die Darstellung in